Herzlich Willkommen liebe Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video von MMOZone. Diesmal möchte ich euch meinen favorisierten Farmspot für die Glücksbringer, die hübschen Glücksbringer vorstellen. Dazu befinde ich mich gerade hier in der Halle der Blitze, genauer gesagt der eiserne Schmelztiegel, ihr seht das hier rechts in der Map und da spawnen die Schlacke innerhalb von 30 Sekunden wieder neu und hier sind irgendwie ich schätze mal vielleicht 18, 19 Mobs oder so und solltet ihr nicht AE-Farm ist das hier eigentlich der ideale Platz, denn die Schlacke hat nur knapp 21.000 Lebenspunkte, die Mobs davor haben auch knapp nur 60.000, also super einfach als Level 85er mit ein bisschen Gier, ich sag mal, keine Ahnung, ihr braucht hier nicht Item Level 400 oder so, um da hinzukommen, ich schätze mal 360, 70, 80 reicht hier locker und ja, ihr seht hier die Schlacke, die platzt eigentlich nur und das kann man jetzt hier quasi den ganzen Tag machen, bis man die nötigen Glücksbringer hat, die man möchte. Und ja, 10 von diesen Glücksbringern, falls ihr es nicht wisst, aber ich denke mal, das wisst ihr, denn sonst würdet ihr euch das Video nicht anschauen, 10 dieser Glücksbringer könnt ihr in einen Glücksbringer Armreif umschmieden und dies könnt ihr dann wieder im, ja, im direkten Tausch 1 zu 1 gegen ein Zeichen der Liebe umtauschen und ja, diese Zeichen der Liebe für das neue Mount, welches 2012 jetzt während diesen Feiertages aktiv ist, beziehungsweise eingefügt wurde, benötigt ihr 270 Zeichen der Liebe, das heißt, ihr benötigt da schon, ja, ich sag mal, eine gewisse, ein paar Stunden müsstet ihr hier schon farmen. Ja, ansonsten, es gibt natürlich noch andere Farmspots, allerdings ist dieser in meinen Augen, gerade wenn man Solo farmen möchte, der ideale Farmspot. Es gibt noch in der Eis, in der Eiskrone welche, ähm, seht ihr dann oben verlinkt im Video, da habe ich nochmal alle, ähm, vorgestellt. Ansonsten, falls ihr nicht unbedingt alleine fahren möchtet, sondern, dass, vielleicht seid ihr zu zweit oder so, zu zweit oder dritt, könnt ihr natürlich auch gerne in den Thron der Gezeiten gehen und, ähm, dort ist allerdings zu beachten, dass ihr den ersten Boss Lady Natia töten müsst und dann, äh, sobald der Boss tot ist, gehen, vielleicht erinnert ihr euch noch, links und rechts, äh, Gänge zu den jeweiligen nächsten Bossen und da müsst ihr dann den linken Boss, äh, den linken Gang gehen, um dann dort die instabilen Verderbnisse zu töten und das ist so der Topspot in den diversen Comments, US-Foren etc. Wie gesagt, er ist allerdings nicht solo machbar, ich habe es selber probiert, bin leider kläglich gescheitert, ähm, spätestens beim Boss selbst, den könnt ihr dann natürlich nicht soloen, aber, ähm, ja, ihr könnt euch ja auch eine kleine Gruppe bauen, den ersten Boss töten und dann einfach solo farmen, irgendwie mit der Gilde vielleicht absprechen und das ist so der Topspot, aber ansonsten der hier unten in der Halle der Blitz ist auch gut und, ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen und sage bis demnächst, macht es gut, haut da rein, ciao.